Moin Leute, hier zurück bei Rainbow Six Extraction, Apollo Casino und Resort. Probexemplar kriegen für Mr. Alibi und die Kontamination. Ja, ist nicht so einfach. Mal gucken, was ich für Randoms kriege. Mit Randoms Spiel ist das Problematische an der Geschichte, dass man sich nicht gut absprechen kann, dass es auch da Rambos gibt. Und ja, mal schauen. Ich habe ja noch einen verletzten hier. Den muss ich hier irgendwie rausholen. Ja, die Frage ist immer, wen nimmt man? Wen nimmt man? Ich weiß nicht, ob ich gerade nicht. Was kann die denn hier? Wirft herhaften der Granaten. Wir kennen VIPs von Mr. Nester. Steigert. Warte mal. Steigert die Temporatimreaktion und überleben. Alle Mitglieder am Boden werden wiederbelebt. Das hört sich da gut an. Aber da muss ich erstmal konflikieren, kurz. Sorry. Na, jetzt nehme ich den mal. Lass das mal so. Schalte überall draufsetzen, das ist wichtig. Andere Granaten mitnehmen und das, den brauche ich auch nicht. So, wie ich sagen, gehen wir mal so rein, wa? Hier hat er doch gerne einen anderen Skin, aber da kann ich anscheinend wohl gerade nicht aussofern. Egal, komm. Ich bin selber mal gespannt, wie das wird. Da habe ich auch schon einige Missionen vermasselt und auch die Teammates haben es vermasselt. Also, ja, passiert halt, ne? Muss man locker bleiben, aber ist meistens so, dass ich nicht locker bleibe, ne? So. Probeizimplan. Das Ziel ist ein besonderer Gegner. Die Forscher wollen ihn lebens. Bei Kontakt gebe ich Bescheid. Jetzt sollen wir ja auch schleichen, ne? Ja, so schleichen ist es natürlich nicht gegeben. Ja, so schleichen ist es natürlich nicht gegeben. Redkipp, oh gut, aber nicht. Meinen Ziel erledigen! Alter. Redkipp, ich lade nach! Rambo-Junge. Nachladen. Ich habe noch keinen einzigen Schuss abgegeben, das ist ja gut. Ich habe neue Munition. Ich lade nach. Alter. Wenn ihr ein Aufklärungsgerät habt, benutzt es, um das Ziel zu ordnen. Wenn er noch atmet, setzt ihn beim Evakuierungspunkt fest. Okay, Evakuierungspunkt back, 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 come on. Ne, warte mal. Falsch, Leute. Wo ist denn das da hinten? Ich lade jetzt nach. Na, der ist ja da hinten, ey. Der soll den da hinkriegen. Das ist der Mist. Und der hinterher? Ja, von vorn. Oh, shit. Komm. Der Wegner noch, ey. Ergreifung abgeschlossen. Ein Lebensexemplar kommt sofort. Alter, da rennt hier einer. Der eine rennt hier die ganze Zeit nur einfach so durch und schießt alles ab. Ich bin so langsam wie so ein Rentner. Oh, das soll jetzt nicht diskriminierend sein, nicht? Ich lade jetzt nach. Ja, sorry. Mann, renn doch nicht vor mich hin jetzt. Ich lade jetzt nach. Ich lade jetzt nach. Ich lade jetzt nach. Wieso habe ich jetzt so ein solcher Gesicht? Ich seh nix. Ich lade jetzt nach. Ich lade jetzt nach. Mit euch. Ich lade jetzt nach. Ich lade jetzt nach. zur nächsten Subzone. Hier gibt es nichts spannendes mehr. Okay. Ihr besorgt die Infos, die wir brauchen. Weiter zur nächsten Subzone. Gibt es nichts zum Sammeln, ey. Das wundert mich eigentlich auch immer. Aber gut. Entschuldigung, tut weh. Zu viel, ey, ins Abgeschossen. Äh, Parasiten. Entschuldigung. Warte, da unten. Luftschleißensequenz läuft. Jetzt dorthin. Niiiit. Der vermisste Operator war zuletzt hier irgendwo in der Nähe. Konzentriert euch auf euer Ziel. Alter, ich hätte irgendwie gar nicht mehr schießen können. Ich bin voll... ...dass drümmen hier im Spiel. Ah, scheiße. Der ist das Ding. Komm, fall back. Ich lade jetzt nach. Gib mir das Ding. Ich muss nachladen. Wer schießt der so durch? Warum kriegst du denn ruhig ab? Warum kriegst du denn ruhig ab? Und wem war das? Was? Was bitte? Aktiviere Adrenalinschub. Ich lade jetzt nach. Ich lade nach. Ich lade nach. So, wo ist denn der vermisste Operator? Kommen wir schon vollen. Okay, stay together Team, stay together. Come on. Oder so. Ah, jetzt Medi-Cat. Med-Cat. Ich mach jetzt. Ich brauch's dringleich, wenn ich Medi-Cat, äh, Medi-Teammann will. Hier ist Munition. Gut, hier ist Munition. Position verschmelzen. Ich lade jetzt nach. Wenn die Rettung beginnt, wird der AKI-Baum versuchen, den Operator wieder zu absorbieren. Ohne... Ich lade nach! Ich lade nach. Just a second. Okay, I... I take him. Go, go, go! Er wehrt sich. Auf Ankerpunkte und AKE in Zellen zielen. Reinkommen. Der Parasit schlägt zurück. Holt den verletzten Operator daraus. Ich lade nach. Der AKI-Baum ist geschwächt. Fast geschaffen. Der verletzte Operator wird erst in der Evakuierungskapsel sicher sein. Höh? Ich lade nicht so schnell. Ich lade langsam. Im Englisch könnt ihr auch in der Tonne treten, aber ist ja egal. Ja, ist ja egal. Aufregung. Setzt unsere Verletzten in die Evakuierungskapsel. Alle auf der Pioneer haben die Rettung verfolgt. Wir sind sowas von erleichtert. Oh yeah. Du hast ihn vergessen. Come on. Go, go, go. Next. Ihr passt euch gut an die Umstände an. Nehmt diesen Schwung mit. Hier ist noch Muni. 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 Anormale Nester entdeckt. Ein anderer Mutagenstamm. Findet die Nester. Fallback. 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 Huh? Oh, das springt wieder hoch, ey. Hoch. Neoplasma? Grissma hat das Ziel lokalisiert. Äh, Sweetie, wait a moment. Ich schlage jetzt nach. Ich schlage jetzt nach. Ich schlage nach. Warte, was geht ab? Ich schlage jetzt nach. Just wait a moment. You have no health. Ich schlage nach und brauche Deckung. Adrenalin boost. Ich will hier mal. Noch mehr anormale Nester zerstören, damit sich das Neoplas verbreitet. Ich, äh, check grad hier den... Ja, jetzt kann ich's nicht mehr machen. Ich schlage nach. Ich schlage nach. Ich schlage nach. Alter. Hat der Raker getroffen? Ja, toll. Es ist besser, wir... 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 ực... Ich... will nicht... Puncten. sag es im Namen aller auf der Pioneer möchte ich euch für euren Einsatz danken oh nie fallback fallback wow oh ja toll ja da kann ich jetzt nicht mehr hin ich bin sofort tot sorry das ist ja das ist halt so ich wollte raus ich wollte raus ich kann mich ja blockieren kein Problem wie gesagt ab und zu muss man einfach mal vorher raus gehen also ich weiß nicht ganz so die fein englische aber ich hab gesagt er soll zurückkommen hat er nicht gemacht hat er Pech gehabt so einfach auch wenn er jetzt wahrscheinlich mega miesig drauf ist und mega nervt ist aber ja da geh ich nicht rein das ist halt so das ist halt ein Mist da muss man halt eben taktischen Rückzug machen das ist dann leider so und ähm ja ich hab mich jetzt so entschieden gut hinaus aber ja ich hab keine Lust schon wieder meinen Charakter zu verlieren ey so das war jetzt eine nächste Mission die jetzt nicht so gut lief wie gesagt aber ja ich wollte raus gehen ja nicht also Pech gehabt so einfach ist das was aber ich will nämlich nicht mal den ganzen Kram hier verlieren ey so jetzt hab ich glaube ich alle wieder freigeschaltet das war eigentlich auch mein Ziel ist der jetzt auch wieder Heile hier der Dock Dock ne ja wie gesagt ich also es ist natürlich nicht die feine englische hier einfach raus zu gehen wie gesagt aber ja man muss das einfach mal machen das ist halt so das ist leider so so Geräte haben wir was neues hier aha hier guck mal Munitionstasche Claymore Betäubungsgranate Klebegranate dann machen wir hier erstmal Munitionspaket so Fortschritt haben wir hier gesagt auch was erledigt hier aber wie gesagt immer wenn man einen Fehltritt hat in der Mission findet man Operator und man verliert hier auch den Fortschritt deswegen muss man einfach ab und zu vorher raus es ist äh ist leider so auch wenn es grad nicht so toll rüber kam und so und wahrscheinlich jetzt auch viele sagen was ist das denn Angsthase ja ich bin immer neu dabei ich hab Angst ja oder auch nicht aber so ist es dann leider ja dankzusehen und dann probiert es selber aus wie gesagt ihr müsst taktisch spielen alles andere könnt ihr vergessen reingehauen und tschüss